Nur noch ein paar Meter und wir sind angekommen und fahren dann direkt zu unserer Unterkunft. Gleich in Berlin angekommen. Werden wir jetzt erstmal hier im Dunkeln in der Nähe von unserer Unterkunft ein bisschen spazieren gehen und das Nachttreiben uns ein bisschen anschauen. Es leuchtet viel farbig, natürlich ist es noch nicht tiefste Innenstadt, wo alles abgeht, wo viele Geschäfte und bestimmte bekannte Gebäude sind und viel leuchtet und schimmert. Aber da wir hier erst angekommen sind, erstmal eine kleine Runde laufen. Achtung gleich.